Hallo miteinander, ich bin Nicolai, ich bin im vierten Lehrjahr und bin als Augenoptiker tätig. Hallo, ich bin Olivia und ich arbeite als ausbildete Augenoptikerin. Und heute zeigen wir euch den spannenden Alltag als Optiker bei uns bei der Espresso-Optik. Kommen doch einmal mit. Bei uns dürfen auch schon die Lernenden im vierten Lehrjahr unter Aufsicht Lernensehtests durchführen. Da ist viel Genauigkeit gefragt. Ein wichtiger Aspekt ist in unserem Beruf die typgerechte Kundenberatung. Mit der Zeit erkennt man, welche Brülle einer Person am besten ins Gesicht passt. Das Beste ist, dass man tagtäglich den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden dürfen. Anschliessend werden dazu die passenden Gläser für die ausgesuchte Fassung gewählt. Nebst den Brüllen verkaufen wir auch Kontaktlinsen. Die passen mir gerade vor Ort den Kunden an. Ich habe hier einen Kundenauftrag. Die Gläser müssen geschliffen werden und anschliessend in die Fassung montiert werden. Hier wird unser handwerklicher Geschick auf die Probe gestellt. Ich mache den Beruf gern, weil es so vielseitige Aufgaben und Herausforderungen gibt. Ich finde es schön, hier zu arbeiten, weil wir als Team einen Zusammenhalt wie eine grosse Familie haben. Und wenn du ein Teil von unserem grossartigen Team möchtest werden und Sexschüler mit guter Mathe-Kenntnis bist, bist du teamfähig, Freude an Kundenkontakt hast, ein technisches Flair mitbringst, dann bewirb dich dich doch jetzt bei unserer offenen Stelle. Wir freuen uns auf dich. Ich habe auch einen kleinen, an잖아요 und 1958. Ich habe mich drauf und ich habe mich darauf herum beaut wordt. Untertitelung des ZDF, 2020